Hi und herzlich Willkommen zum 32. Part von Mario Kart WCKGP Revolution mit Kevin Sunker. Here I am! Welcome also from Coach Sunker! Weiter geht's mit dem Bleistift Cup, fängt an mit Windy Whirl. Wir haben mal wieder den Glitch gemacht mit Tod heute. Zwei Tods fahren, ja. Ich zeig euch den Glitch auch mal in einem Video. Das ist wirklich, wie gesagt, das geht gleich ein 10 Sekunden Video. Wenn ich nicht reden würde... Wenn du nicht was davon erzählen würdest, hättest du es schon lange gemacht. Ich mach das Video und glaub ich wirklich für den nächsten Mal. Absolut unbekannte Strecke. By the way... Hier ist die Windy Whirl. Ihr seht mich am unteren Bildschirm. Ja, das weiß man doch, dass du zweiter Spieler immer bist. Da gab's eine Abkürzung. Ich hab mich nicht getraut, die zu fahren. Da geht's runter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, guck mal das an. Jetzt bekomm ich hier beim Starten in der Luft einen Schubsort. Das ist der Start. Leck mich! Leck mich doch die Bohnen-Oma. Leck mich doch am Hinterteil. Die Bohnen-Oma? Eine Oma, die Bohnen kocht oder wie? Oder Bohnen isst oder... Hä? Bohnen-Oma. Soll das sein? Ja. Nächste? Für mich doch. Aber... My problem is, I cannot figure out where the horse is. Figure 8. Circuit. Ja, klapp! Ja, klapp! Eins! Fuckin' off! Ja, klar! Der Nächste! Guck da! Wie war denn das? Ach, das Ding boostet mich. Das Ding ist wie Pilze. Ja, dankeschön! Hattest du den? Hattest du den? Der... Dein Glitz? Mhm. Ich hab' ihn runtergeschmissen in meinem Arm. Da kommt schon wieder ein Stein! Warte, verpiss dich! Keiner braucht dich! Keiner braucht dich! Nein, nein! Fass mal den weg! Oh, komm! Ich hab' ihn rausgeschmissen! Oh, komm! Ich hab' ihn rausgeschmissen! Oh, komm! Oh, komm! Ich hab' ihn rausgeschmissen! Ähm... Tschüss! Es sieht aus, als ob es sich das Ding spiegelt, aber das ist in der Strecke so. Wie kommt man denn da rechts hin? Da hoch? Ah, von hier. Man kann da hoch schlanzen also. Da wäre der nächste Stahl gekommen. Ja klar, klar, ja, ja, komm! So, an dieser Stelle berechnen wir das Video ab, weil Leoschi geht wieder ums Haus spazieren und sich in Ruhe abregen. Mit einem Sittenblatt im ersten Rennen kann er auf keinen Fall, ach er ist wieder da, entschuldige. Hallo Leoschi, welcome back on track. Möchtest du nicht mehr sprechen, der Leoschi? Ja, was ist denn mit dem Leoschi los? Möchtest du nicht mehr reden, oder was? Leoschi? Das ist doch kein Sack jetzt. Na gut, der Leoschi magst du nicht mehr sprechen. You don't wanna talk, man. Hä? Was? Jetzt nervts dann echt. Alles klar. Jetzt hast du nicht so eine Formel 1 Strecke. Oder? Mhm. Cool. Der ist bald, knattert so, deins oder meins? Ich hör übrigens die Ente, hab ich gar nicht gesagt. Oh, hier ist definitiv ne Speedmod, oder? Ja. Ja, man kann auch im Offroad driften. Hey, ich hab dir doch bei... Wetten, du warst das? Ne, das war Bose. Das war Bose. Bose. Das war Bose. Das heißt bei mir auch nicht Bose, sondern Bose. 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 So wohl, hier. War das eine Runde? Achso, das war gar nicht die Ziellinie, hä? Ne, ne. Hat nur zwei Runden. Die Strecke muss länger sein. Oder... Hey, welcome to Stachyhausen. Oder eine... Ach, ich bin Leicester. Warum bin ich so weit hinten? Bin ich falsch gefahren? Hä? Ich fahr hier nochmal. Hier war ich doch schon. Bist du ne Ehrenrunde gefahren? Ja, da kann man rechts abbiegen und da muss man noch ne Runde fahren. Ja, hahaha. Das stinkt... Och, leck mich doch, du! Das stinkt nach dem nächsten Spaziergang von Merge nach diesem Spielchen. Aber ich bin auch schlecht. Die verkackten Sterne bringen mir furchtbar nix. Ich hab nämlich keinen, den ich ownen kann damit. Ihr da drüben fahrt ihr! Ich hab extra gewartet. Ah, hast du gut gemacht. Ich hole euch eh nicht mehr auf, guck mal wo ich bin. Guck mal, guck mal was ich mach mal da! Lass ich euch noch ansatzweise einholen. Jetzt kann ich aber schon fahren, oder? Okay, die Runde zählt wenigstens. Ich seh schon wieder jemand. Cooper! Tschüss! Ich hol euch wieder auf! Haben meine Sterne und Dolphilze doch was gebracht. Ich bin wieder sechster! Ich bin wieder im Race! Und guck, da vorne bin ich rechts abgebogen! Ich hab's gesehen! Hier! Bin ich rechts abgebogen! Und da muss ich noch ne Runde fahren! Ich bin wieder vor dir! Als wenn Funky einfach wirklich reinfährt in meine Banane! Ich hatte eigentlich vor dich zu treffen, aber oooooh! Aber! Teuer Pitsch! Hopp! Toll! Ich bin auch wieder zweiter! Auf jeden Fall haben wir ne Speedmod in der Strecke! Ich bin zweiter Runden gefahren! Du bist trotzdem wieder vor mir! Nein! Ich nicht! Doch! Ich gleich wieder! Danke! Tschüss! Ich wunders wirklich! Irgendwie! Oder haben die mir das dann doch gegönnt? Irgendwie! Und haben mich welche überholt? Okay! Okay! Ich wunders wirklich! Hey! Ich hab doch nach hinten geschossen! Was wollt ihr denn? Hm! Halt doch! Einfach! Nein! Da lagen Goldpils! Ja! Den kann man aber, der verhält sich wie ein Pilz, wenn man dieses All-Item-Skin-Land anhat! Ich weiß nicht! Halt doch einfach einen! Ich weiß nicht, warum er sich jetzt aufregt! Der hat eine ganze Runde Rückstand und ist noch zweiter geworden! Zweiter! Ich war vor dir! Ja, aber ich bin der beste Fahrer des Planeten! Du bist scheiße! Das stimmt! Und trotzdem hab ich dich geschlagen, Bruder! 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 Was kommt denn? Weiter geht's mit Forest Creek! Okay, dann lass ich sehen! Forest Creek! Forest Creek! Forest Creek! Und war das die letzte? Vorletzte, denke ich! Ah, und du? Ist das die Strecke, wo es so eine Ultrascharkand gibt? Ich glaube ja! Ich glaube, da muss man irgendwie hier rüber oder so! Da muss man irgendwie sorgen! Also hier rüber! Ich bin muss man nicht, weil ich geht noch baden! Okay, die Ultrascharkand wurde gefixt! Okay! Die gibt's nicht mehr! Da hat dein Name was gesagt! Ich kenn die Strecke auch übrigens! Aus nem Video von der Ultrascharkand! Aber, die wurde gefixt! Das war eine ältere Version! Komm, Todd! Da konnte man hierher fahren dann! Da konnte man hier hinten rum springen, dann hierher fahren! Da musste man irgendwie hier dagegen fahren gegen irgendwas und da hat's die Runde gezählt! Da musste man, glaube ich, noch ein paar Meter zurück fahren und dann hat's die Runde gezählt! Kauakan! hier, der Hahn 여기! He?! danke! Ohhhh! Oh, das war nix! Guck mal, wo ich bin! Heeeh! 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 Erzähl' ich... Das ist nicht zu viel! Warum, ich werfe die… Diese verkackten Radshells immer nach hinten! Funky, jetzt ist gut! Mit dem Stress! Jetzt ist es! Funky, ich poliere dir dein hässliches Affengesicht! Ich bin so ein... So eine Hohlenuss! Wo ist die Kaffelschrepper? Verwünscht! Ja! Was war das? Aber es war geil! Doch wenn sie mir nichts gebracht hat, sah es trotzdem geil aus! Oh, ich bin zu doof um auf der Strecke zu bleiben, wa? Und jetzt sieht es echt schlecht aus, Freunde der Nacht! Du! Du bist eh immer schlimm! So, mein Lieber! Mein Ultraschock hat... Du wolltest kein Ultraschock! Achso, wolltest du da rüber sprechen! Da hättest du eine Ehrenrunde fahren müssen! Da hättest du eine Ehrenrunde fahren müssen! Komm, fahr alle ins Ziel! Fahr doch! Der überholt immer noch einen! Wie im letzten Part, ey! Wie im letzten Part, ey! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! Kutsch, Sankai ist gut drauf! Elftäus! Geil! Mann, Mann, ey! Ich muss nur dazu sagen, ich fahr normal nur scharf driften mit den Bikes. Es ist heute das erste Mal, dass ich so nach außen driften und es fahr' und da habe ich nur ein ziel ich komme jetzt ich komme jetzt noch auf die siegerehrung egal wie wenn ich das schneide das video so lange zusammen bis ich auf der siegerung bin dragonites island kommt übrigens was auch immer das ist eine strecke mit viel in der luft pokémons er sind pokémons hey hinter dem pokémon in dem fetten da war doch gerade ein weg ich kenne die pokémon nicht so aus da ist doch ein weg hinter das ist doch nicht abkürzt wetten da muss man mit dem stern oder maxi pilz reinfahren ja was führt denn dich hier ja hier ist ein pokémon das feuerwelle schießt das ist glaube ich der agrobowser es gibt auch einen text check für bausers festung wo dann dieses pokémon die feuerwelle schießt ich kenne mich wirklich nicht aus mit pokémon ich bleibe hier mal stehen ich will den stern oder so haben ich will wissen ob ich hinter dieses pokémon da kommen hinter diesen was auch immer das sein soll der fette da ist das ist ja witzig noch nie gesehen so eine strecke hier jetzt gibt mir was gutes jetzt jetzt ja jetzt seht ihr mal diesen weg hier da landen maxi pilz genau da ist du noch vorher auch gehen wo ist glumanda glumanda ist cool cooles pokémon wenn glumanda nicht mag ist groß ich habe ihn war die katakwakos sind auch irgendwelche pokémon ist das schien glumanda glumanda auch wenn man die zwei lieblicken verhebeln Gott, bin ich eine hohe Nadel, Stricknadel, Häkelnadel, nenns wie ihr es wollt, egal, ich bin so eine hohle Fritte, eine hohle Fritte, nehmt das, eat this, eat these Pancakes, was sind denn das für Viecher, ja, weil die Bananen sind in die Fresse, kann ja kriegen, wenn mich treffen, ist diese komischen Katak, Quatsch, 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 sie hören sie, ja, komm, diese, da, no, komm, treff die nochmal, ich bin schon wieder Elfter, naja, ich bin zweimal Elfter geworden und bin ein Gesamtglas mal noch Vierter, das geht doch eigentlich gar nicht, oh, ich will wissen, ob jemand Tod auf der Sicherung stellt und einen Tod eben zujubelt, ja, aber Tod ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, es gibt ja viele Tods, aber es gibt ja eine Tod, Toddy, hast du schon wieder gewonnen, oder, Doro, ja, ess ich Gurke, du, echt, ich hab die Faxen dick, ey, die ich ess ich heute zum Abendbrot, an dieser Stelle würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, ansonsten sagt jetzt Tschüss, euer Tschüss meine ich, euer Leih, tschüss, tschüss.